Der rennt als wäre der Teufel hinter ihn her. Na scheiße, hat er natürlich überlebt. Ach komm, auf den mache ich jetzt direkt Jagd hier. Wuhu, mitten rein ins Getümmel. Alter, der geht mir jetzt schon auf den Piss hier schon wieder. Aber egal, jetzt habe ich hier gerade Kill-Kombo. Kill-Streak, hätte ich fast gesagt. Och Mann ey. Verdammt. Ich muss hier mal kurz... ...zusehen, dass ich ein bisschen wegkomme von denen. Waffe wechseln kann. Och, warum... Warum konnte ich jetzt gerade hier nicht? Pissnakey, der geht mir richtig auf den Dichs hier. So, und jetzt will ich ganz gerne mal hier meinen Bogen ausrüsten. Wieso... Wieso kann ich den denn jetzt nicht verwenden hier? Wollen die mich verarschen? Alter... Nervt nicht. Nervt nicht. Ehrlich nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, genau. Weißt du, der kann dann auch noch hier natürlich. Ja. Komm. Ehrlich. Zack. So, ich würde jetzt mal zu gerne... Lauf. So. Nachladen. Alter Schwede, ey. Meine Fresse noch mal. Die gingen mir aber auf den Piss. Ich glaube, die sind auch etwas zu stark eigentlich für mich. Alter. Alter, jetzt nervt nicht rum. Kriegst gleich auch erst mal die Axt in den Nacken. Das ist immer so ein Geben muss, der hier einem in die Kombo fährt, ne? Ach. Boah, komm schon. Nervt nicht rum. Geht endlich drauf, ihr Spastis. Ja. So. Ruhe hier. So, jetzt kann ich die Geschichte hier noch mal in die Luft jagen. So. Meine Güte noch mal. Das war nervig. Hätte ich wahrscheinlich auch besser machen können alles. Ich glaube, die Pistole ist ja nicht so gut auf Entfernung. Das hat er doch Stil. Oh, cool. Ich bin jetzt weltweit in den Top 50. Na, jetzt muss ich hier noch Fahne. Jawohl. Hiss ich unsere Fahne hier. Oder was? Ach ne, ich hole die Engländer Fahne ein. Und. Was wird gehisst? Ah. Die amerikanische. Quasi. Okay, ist vielleicht wirklich noch etwas zu früh gewesen dafür. Egal. Warum mussten wir das alleine machen, wenn wir eine Armee haben? Ah. Na ja, egal. Niedrigere Steuern für Handel. Oh. Schön. Schön, schön. Ja, das machst du ganz toll. Gut. Au. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen da. Ach, der ist ein ganzes Stück weit weg. Oh, Entschuldigung. Von hinten angesprungen. So. Ich hole mir jetzt erst mal den Schatz. Und dafür hole ich mir ein Pferd. Und dann wird es mal wieder Zeit von der Hauptquest hier. Na, wo bist du da? Sehr schön. Die sind überall Pferden, die ich lesen kann. Alter, im Berg. Im Berg drin. Okay. Da muss ich mal kurz gucken. Gibt es hier an der Küste irgendwie so einen geheimen Eingang? Wohl nicht. Gut, dann wahrscheinlich eher im Landesinneren. Hätte ich fast gesagt. Ja, lauf. Schauen wir mal. Wie wir da reinkommen. Oder liegt der hier einfach rum? Nee. Okay. Ich habe hier gerade keine Ahnung. Hier irgendwo da. Gut. Eine geheime Höhle. Geheimes Versteck. Och, wieder Schloss knacken. Oh, ein Glück. Französisches Enterbeil. Oh. Hier ging es raus. Und zack. Da waren nur 10 Zentimeter tief. Schön Bauchklatsche auf dem Boden gemacht. Gut. Das hätten wir. Was haben wir da noch? Auftragsattentat. Ja, egal. Siedlungsmission wollte ich ja machen. Ne? Dann machen wir die auch mal. Damit wir hier auch mal ein bisschen vorankommen. Ich weiß gar nicht. Können Pferde überhaupt schwimmen? Oder können die das gar nicht? Oh, ein Häschen. Oh. 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 Och, Mann. Ey, wieder so ein Pisser hier. Ja. Ja. Das kann ich auch. Alter. Oh. Wieder so, wieder ein so ein Flachwichser, ne? Der einmal auf den Piss gehen muss hier. War so typisch, dass es wieder so einen gibt. Geh mir so auf den Sack mit ihrer verfickten Reichweite. Kriegst erst mal eine Kugel in den Schädel, Pissnilke. Oh. Oh, 15.000 habe ich. Ich würde mal sagen, das riecht ja schon förmlich nach Schiffsupgrade hier, ne? Fünf Kugeln habe ich bekommen von dem Pisser. Alter Schwede. So, Siedlungsmission. Der eigentliche Grund, warum wir hier unten waren. Jetzt habe ich die letzte Zeit doch was anderes gemacht. Ach komm, lauf nicht weg. Ich tue dir nichts. Oh, ein Häschen. Häschen! Ah, doch nicht. Nicht! Oh, cool. Wechsel noch mittendrin. Ah! Verreck. Lass das mal schön bleiben. Du genauso. Nicht schlecht. Tja, haben wir die kurz vernichtet? Der sieht nicht gut aus. Der wird bestimmt zum Zombie. Das ist geschehen. Sie wollten, dass wir unsere ganze Ernte der Krone gingen. Warren, bei mir ist es nicht. Sie töteten das Vieh, salzten den Acker und kärten uns raus. Den Recht kennt jeder. Ich fürchte, wir können euch nichts geben für die Hilfe Fremder. Wir haben nichts mehr. Vielleicht gibt es da etwas, was ihr tun könnt. Jederzeit. Ich lebe in einer kleinen Gemeinde, nicht weit weg. Der Boden ist gut. Meine Nachbarn finden frisches Gemüse, Weizen und Mais gut drauf. Wenn ihr eure Farm wieder aufbaut, würdet ihr gedeihen. Das ist sehr groß für Sie. Wir sehen es uns an. Danke. Ach ja, ach ja, das hätten wir erledigt. Gut, mehr gibt es hier an sich nicht zu tun. Erstmal, ich gucke mir das nach und nach hier alles an. Das kommt schon noch. So, ab in die Siedlung. Nach Davenport oder Davenport? 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 Ich kann gleich nochmal laden. Ach ja. Gut, gut. Und fertig. Sehr schön. Ein Glück. Ein Glück. Das hört sich aber auch mitunter immer brutal an, wie er da landet. Oh, ne Siedlungsmission, ne Siedlungsmission. Ich hol mir mehr Siedler. Na, was gibt's da zu tun? Okay. Ja, wir sind schon unterwegs. Was geht ab? Diebstahl in der Nachbarschaft? Was? Nicht mit mir hier. Was ist das für ein Trottel? Äh, ich lauf mal lieber weg! Und wir hier über die Bäume hinter ihm her? Na ja, mehr oder weniger. So gut es geht. Alter, der Wichser ist voll flink. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Ja, da habt ihr recht. Oh, guck mal. Wir sind viel schneller als der. Den haben wir gleich. Den haben wir gleich. Sehr schön. Und gleich weiter laufen. Geht wesentlich flinker mit den Attentaten. So wie es passt. Äh, so wie es sich gehört. Ja, ich hab ihn gekillt. Er wollte euer Haus ausrauben. Ich hab ihn verjagt. Was? Frauen? Sind alle wohl auf? Du hättest da sein sollen. Was? Du hättest zu Hause sein sollen. Ich brauchte dich nicht. Seit wann kommt ein dürres Hemd wie du alleine draus in den Busch zurecht? Wenn der Jänner was fehlt, dann schwöre ich, wirst du da bringen. Ach ja. Ja, wir sind schon Samariter. Ne? So, warum lädt der jetzt so viel? Okay. Ah, baut er auf. Oder was? Walnuss, Holz und andere Dinge stehen nun zur Verfügung. Diebstahl in der Nachbarschaft abgeschlossen. Uh, gibt hier gleich noch mehrere. Ich würd sagen, die mach ich gleich mal alle. Das da ist näher dran. Nein. So. Siedlungsmission. Andere Richtung. Verflucht. Ah ja, und ich wechsle mal zur Pistole mal wieder. Gut. Ja, man muss da gar nicht draufklicken, wenn man was auswählen will. Man muss einfach, naja, nur da hinscrollen und dann quasi wieder eher loslassen. Dann geht das schon. So, W, A. Ja.